Er hat ein langes Interview gegeben, den Vereinsmedien präsentiert. Die sind auch noch eine Woche weiter in der Vorbereitung, weil sie schon eine Woche eher wieder um Punkte spielen und dann auch gleich in die Champions League-Quali müssen. Patrick Brunner sieht viel Wiese vor sich, macht mal ein bisschen Tempo und hat er vielleicht darauf gewartet, dass Kozuki abgeht. Das tut er aber jetzt auch und holt nur einen Einwurf raus, noch keine Ecke. In der Zweitligasaison, der Mann mit der besten Passsicherheit, 89 Prozent aller seiner Zuspiele kam an und das sind beileibe nicht nur irgendwelche Querpässe und Rückpässe, er hat auch die meisten Toreinleitungen, also der vorletzte Pass. Schön gespielt macht für die U20, das ist sonst nicht so seine Kernkompetenz. Jetzt schauen wir mal, was Brunner macht, Kozuki natürlich im Abseits. Talabini traut sich 80 Meter. Das Dreieck mit Brunner, Drexler und Kozuki. Mehr Szenen als das auf der linken Seite. Und Böckli abgepfiffen, Halbzeit 0 zu 2. Nein, das ist...